Musik Ich will hier etwa irgendeinen Pfeifen, das kommt von diesem jungen Mann hier. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie heute unsere Bühne aussieht. Das ist doch ganz nett. Und da geht es gleich los mit dem Fußball-WM-Spiel. Und mein Freund, auf was warten wir hier heute alle? Bitte? Auf was warten wir hier heute alle? Ich weiß nicht, Pommes. Pommes, ja. Und den Gewinn der deutschen Mannschaft natürlich. Da hat der junge Mann kurz auf seine Pommes vergessen. So sind die Hamburger. Und wir haben ein schönes Konzert. Und die Deutschen werden gegen Argentinien verlieren. Ich habe eben gerade zufällig draufgehalten, auf dem Fernseher stand drauf, der letzte Job. Es war irgendeine Werbung. Aber ich habe das übertragen auf unsere WM-Mannschaft. Falls sie verlieren, muss er sein Genital rausholen. 4-0. 4-0. 4-0. Warte. Ja. Deutschland. 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 Schöner, Fabian. Wieder nichts. Wieder nichts. Wieder der Messi. Er wird frei vorschießen bei dieser WM. Was für ein Teil. Wir wollen einmal die Argentinier bedauern. Freuels. Mit der deutschen Nationalmannschaft. Deutschland gewinnt. Mit 4-0 gegen Argentinien. Und steht am Halbfinale der WM. Am Mittwoch. Gegen Spanien oder Paraguay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020